so hallo leute und willkommen zurück zum let's play bomberman hero nun geht es weiter mit emerald tube und ist das der letzte upgrade und wie und das nennt sich bombast leider also bomber slider bomber jet von barcoup copter und bomber marine aber sie sieht für mich aus wie ein cooles surfbrett oder snowboard es kann nur gutes level sein aber ich kann wohl mit bomben nicht abschießen kann es sein tatsächlich das geht nicht und dann einfach mit da springen samt alt alles ein also es geht nicht alles wie man es merkt wir müssen einfach vorwärts leiden da muss man halt vor gegner ausweichen und halt stets vorsichtig sein na na schade kurz aber geil und als es so gut war wiederholen wir es aber 7500 punkte brauchen wir also da kann ich schon mal vergessen das ist so geil da würde ich persönlich gerne auf den snowboard fahren schade jetzt habe ich das den regenbogen diamant nicht bekommen hopp einfach stets springen sehr gut na zur seite sliden auf schade das ist so geil aber jetzt habe ich das noch verfehlt ich blöd mann selbst wenn ich jetzt fast geschafft nur 50 punkte hätte mir noch gefehlt ich brauche schon diese regenbogen diamant aber fährt ihr auch gerne snowboard oder ski dann schreibt mir unten in den kommis also ich persönlich bin noch ein skifahrer aber ich würde auch mal gerne snowboarden aber erst nächsten winter natürlich so noch mal bingo ich darf nichts mehr verfehlen das wäre sehr sehr wichtig schon wieder die selbst kein problem kein problem aber ich würde es schaffen ich fall noch hinunter ich trottel genau in das loch rein jetzt habe ich das nicht bekommen jetzt habe ich den blauen wieder nicht geholt und schau dann noch mal sehr gut und dann hier abspringen ignoriert ist ich ignoriert ja natürlich kriegt das sinn natürlich bekommt das hin ja natürlich setze ich fort klar leute es zieht weit hinaus aber wer dieses level auf 100 prozent schaffen will da muss hier was testieren jetzt habe ich auch nur wieder vier anzeige gotte dank ist das level auch kurz aber halt heavy aber dass sie schon 7500 verlangen das war knapp so weit so gut ja genau so so kann es weitergehen so kann es weitergehen ja ah toll jetzt bin ich hingefallen schade schade so nun geht es mit area 2 weiter oh mein gott das sind aber viele level ja dann machen wir weiter mit todes tempel da will er wird wirklich betreten was ist das für eine kreatur das ist das für eine kreatur das ist das für eine kreatur personen irgendwie so ein kostüm und nein ich bin in falle geraten also ganz einfach mit bombe mit fuß kick und dann was ist das für eine gemälde die musik passt schon mal so diese atmosphäre da will ich hinten ist goldener herz aber das kann ich schlecht gebrauchen toll kann ich da drauf springen die gehen als schmerz ich muss wie diese starb tun hier doch nicht hinunterfallen bitte bomber man schande schande über dich da 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 so jetzt war es noch mal diese prozedere doch nicht so ich sag's euch das ich weiß nicht ob ich das jetzt als fein part bezeichnen kann aber anstrengend ist schon mal das level man könnte meinen dass die welt schwieriger spiel schwieriger werden aber das kann ich wohl nicht bestätigen natürlich die geschichte die story kennt ihr ja ja und diese lästige nicht da oben rechts da muss ich mich bei euch entschuldigen denn der dann denn du das war knapp weil der dumme hand kann auch noch die probe nach vorne werfen als zurückprallen so jetzt passt es da verschwind da sieht man wenn eine fahrer ist es eine fähig wiss man nicht aber apropos ich soll lieber den teleporter benutzen um diesen goldenen herz zu holen das kam gerade recht moment warte ja ich habe zwar diesen chip aber gleich das level zu beenden ist nicht ratsam ja da diese prozedere aber es gibt bestimmt pharaone die mich auch runter schubsen könnten obwohl weil ich muss ja erstmal das hier holen da gibt es noch eine secret perfekt ja da machen wir noch gleich das secret und ja da muss ich auch den part auch wieder ben denn leider gottes moment mal ich wollte doch den bomben akkuate holen so ja jetzt muss ich halt wieder mit teleporter arbeiten so 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 und rein so 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 Und rein. So, und das nächste Level machen wir im nächsten Part. Ciao.